und herz willkommen zu einer neuen folge auf diesem kanal heute spiele ich die erste runde renkt in dieser sieben auch in diesem chapter und ich würde ihr am schluss landen zum beispiel ok erster kill zweiter kill ich nehme an das waren beide bots links sieht ja diese augen und wenn es diese anzeigt dann weiß man dass keine bots waren aber so wie die gespielt haben seit wann spielt die drei tagen oder so wo ist das sturmgewehr vielseitig wo hat das kauf ich gehe mal auf den zug und schaue ob es da was gibt wo kommt der zug da gibt es eine zugstrecke er kommt von hier ich muss noch den zug erwischen guckt da vorne ja ich will mir lieber die match mit nein weg hier broder hat mich auf weg gelasert wie klaus ich hätte ja zack abhauen können aber ich weiß da hinten war noch ein bg das heißt den hole ich mir jetzt auch mal ein med kit nein sieben schnell ja das sieht man schon nein 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 wie schlecht bin ich ich finde das so cool dass man jetzt mehrere wände hochklettern kann kann man das fahren oha oha das hat sogar bremslichter die klasse oder was auch immer das ist ja fett op ich habe ja zwar kein heal aber egal oha was ein grosses auto nicht ich habe meine Kinder vergessen schnell ins Auto Autobahnen Aber diese Pump ist auch zu OP. Das wie die automatische Experten-Schrott findet einfach, sie schießt dreimal zu schnell. Schüsch! Diese Animation! Ich bin wieder zurück. Ich muss in meine G-Klasse. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Diese Fake-Scar ist so OP. Ich finde sie fast sogar besser als die richtige, weil sie schießt halt viel schneller. Ich bin wieder zurück. Ein Schuss und der ist weg. Ich glaube, ich gehe lieber weg, sonst werde ich am Ende noch gekillt und werde irgendwie zehn tor habe ich da gehabt ich habe den boss gekillt unabsichtlich kann ich jetzt mal erst eine keycard holen wow super ich habe sie einfach nächstes ich bin sogar drinnen ich muss doch auf den Zug ah scheiß drauf menno menno ich wollte doch auf den Zug jetzt hoffe ich nur noch auf ein epic win in unranked ja ist nicht so krass aber trotzdem besser als gar kein win kann ich keinen schuss treffen ich ich wusste es menno egal vierter platz welches welchen rank sind wir geworden bitte etwas gutes bitte 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 nicht bronze ja silber 1 das war's dann wieder mit der folge lasst ein like und ein abo da und ciao bis zum nächsten mal